es ist eigentlich laut okay es geht weiter mit übermacht wenn es 3 wieso scheiß drauf mach einfach aber ich weiß nicht ob der sound lauter ist er ist schon laut genug ich will sogar nicht das leise aus aber okay ich muss hier reinkommen squalling level ihn kommt das haut mir leise vor also ich habe doch gekommen ach so ich habe davor donkey gong gespielt deswegen das sonntag das sonntag vorlaut dann sehen wir mal nach dem video denn 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 momentan ist amok laufer wirst du willst wieder einfinden oder das spiel so schlecht ich dachte du kennst das spiel auswendig ja auswendig das hast du gesagt ich habe zeugen okay ich habe nicht aber ich habe trotzdem zeugen die man das sowieso nicht glaube ich hoffe ich die wollen mich nicht verärgern also machen sie das nicht hoch mit dir sowieso der letzte part warte muss man am ende gegen browser kämpfen naja junior wird er nicht mehr sein aber du wirst schon was ich meine warte ich weiß gar nicht ich habe noch nie das spiel gezockt als erwarte ich habe einmal angespielt ich hatte keinen plan wie die steuerung läuft ich habe sofort aufgehört ich hatte keinen bock mehr schluck ihn doch nein guck doch er war feuer ach so ja ach so jetzt kannst du damit feuer spucken willst du ihn ihm einsammeln ach so okay zweite oder erste blume die erste hast du noch nicht eingesammelt habe ich gedacht irgendwie kann ich nicht so gut kommentieren ich habe davor donkey kong aufgenommen ja du musst gesehen haben ich habe rein seit rum gefällt fast die ganze zeit nur mit kontroller ich muss mir erst angewöhnen ich bin fast beim ende nein ich bin beim ende ich muss nur die vorletzte welt machen dann die letzte welt aber die letzte ist geht schnell so ich glaube ich weiß ich könnte das machen und es gibt eine verlorene welt also eine welt wo man was machen kann aber ich kann nicht ich kann nicht mehr wieder zurück deswegen mache ich die nicht was du machen dann machen wir megaman ok komm wir machen megaman wir beide da werden wir sehen ob du skills hast wenn du bei dem spiel nicht warte doch du wirst da ich kiss mich nein warte sie nehmen wir noch mal start wo war das safe point eigentlich Keine Ahnung. Warte Leute, ich kann ruhig vorspülen. Halt, hier. Was? Ich mein, es ist doch langweilig, wieder die gleichen Stellen sich anzusehen. Die hören dich nicht, du musst lauter reden. Es ist doch langweilig, sich die gleichen Stellen anzusehen. Falsches Ohr. Ist doch egal, soll ich einfach mich umdrehen oder zu dir kurz wenden und nach deinem Rennen oder wie? Ja. Was? Wo? Legt die Hirn. Mani, 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 du wichser. Du wichser. Du wichser. Gib die fünf Euro, meine. Nein, das war wegen dir. Ey, von der hast du dich auch irritiert. Nein, ich hab dich nicht irritiert. Okay, fällt einfach nochmal. Geht schnell. Halt. Soll ich wieder wetten? 30 Sekunden? Nein. Okay, guck mal auf die. Ich bin gleich auf und sagt dann eine beschimpfte Wurzeln. Den, 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 den. Hast du mal bis heute geguckt? Nö. Boah, fies der heftigste, den ich gesehen. Er hat alle aus Stahl. Guck jetzt, guck jetzt. Guck jetzt, guck jetzt. Alarm mach ich jetzt in, ich sag in, eine Minute und. Halt. Guck jetzt. Hier. Tut mir leid. Warte, hier, hier, hier. Egal. 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 Und sonst sagst du, ich bin schlecht. Halt's Maul. Du wolltest doch uns sagen, der hat sich stört. Diese Welt ist gar nicht so schwer, ne? Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin schlecht. Und sonst sagst du, ich bin schlecht. Halt's Maul. Wenn ich Megaman mache Ey, das ist noch schlimmer als Donkey Kong Viel, viel schlimmer Das ist Herausforderung, aber richtige Wenn ich das so an Let's Waze mache Nein, 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 ich mag kein Let's Waze Dieses Let's Waze würde ich so locker verlieren Verdammte Scheiße, wenn ich das schaffe Aber wenn ich das schaffe, dann bin ich richtig gut Da habe ich die ganze Megaman Reihe durch Außer den ersten Warte, kennst du Megaman, äh, Wileys Revenge? Wileys Rache oder so Das soll irgendwie der erste Teil sein Aber ich weiß nicht Der Sound ist irgendwie leise, finde ich Nein, der ist nicht gut Tut mir leid, wenn der Sound leise ist Für euch Das hast du gesagt, nicht ich Das spuckt ihn aus in die Lava Du brauchst ihn sowieso nicht Gleich komm ich suche Geistes, Schei Geistes Und die wirst du sowieso lösen Guck Hier gibt es Schei Geistes, aber keine Gumbas Wieso Gumbas sind cool? Die haben keine Arme, nichts Das ist keine Ahnung? Die haben keine Arme, Arme Das sind wandernde Penisköpfe Das stimmt doch Oder? Oder ich gebe ein anderes Wort dafür Komm, wir machen heute Megaman, ich will das unbedingt, ich will das unbedingt sehen, wie wir beide Megaman zocken Ich spiele es dann auch gleich in der Lektorin Was? Ich spiele es dann auch gleich in dieses Megaman Wieso? Ich habe das noch nie gespielt Ach, wenn wir noch sehen Als welches Megaman hast du durchgezockt? Einige Welches? Ähm Das eine mit dem, wo du nicht nur Megaman schießt, sondern den anderen Den Hund? Nein Das ist ein... Du kriegst mal dann neue Fähigkeiten und so Ach so, das... Die Bombe oder Laser oder was auch so Ach so, das ist das gleiche, das ist zwei oder eins Was ist das da? Doch Ich bin mir hundertprozentig sicher Das ist dann vier Ah, das ist vier, das ist vier Das ist vier Das ist vier War das mit Farbe oder war das ohne Farbe? Äh, nicht Farbe Dann ist dann einer von den neuen Teilen Dann hast du noch nicht einer von den alten Teilen gespielt Oh, schuld Oh, ich war da runter Du hast noch nicht einen, du hast noch nicht einen von den alten gespielt Nein, einen von den alten... Doch, einen, einen nur Welchen? Ich weiß nicht, er könnte es nennen, auch der hier Ich hab keine Ahnung, aber... Egal Das ist ein alter, schwarz-weiß Egal, wir beide spielen das dann blind Den, den auch die Hacke Diesen Megaman Achso, den hab ich Ja, den meine ich, den habe ich gespielt Okay, dann haben wir... Dann bist du half blind, ich bin richtig blind Ich weiß nichts von Megaman Hm, muss die Das wird Herausforderung für uns Ich weiß jetzt schon, wir werden am Anfang reinkacken Oder ich werde reinkacken Musst du die folgen? Hä? Musst du die verfolgen? Nein, eigentlich nicht so Hm Nein, ich will eigentlich... Oh Mann Was hast du davon, wenn du so... Oha Wie kann... Wie... Das ist so unlogisch manchmal Du stirbst schon nicht Dafür sorge ich Nein Du perverse Sau Okay Heiz Maul Ich nicht Ich bin niemals pervers Nur manchmal Hast du eine Blume vergessen? Ja Da, wo ich in die Tür reingehen konnte Oh Mann Du weißt denn die Tür da? Ja, da war die Blume bis 100% Ach so 73, yeah Noch drei Welten haben wir das Spiel Noch drei Welten haben wir dieses Spiel durch Den, 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 den Okay, das sieht böse aus Dann haben wir jetzt... Warte, wie viele Parts haben wir dann? 13 genau Was? Grundig? Grundig? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab Gundi verstanden Ich hab Gundi verstanden Nutzt den Ball Benutzt den Poké Ball Flieg und Sieg Ey, das neue One Piece Opening ist doch voll geil, oder? Hä? Ich dachte, du hast schon... Ach so Ich dachte, du hast schon One Piece geguckt, die neuen Folgen Ich glaube, das Opening gefällt dir Kann ich schon sagen Das Opening dauert auch noch 2 Minuten 30 Normalerweise 1,30 Aber One Piece 2... Ja, das war bei allen Filmen sogar Egal, das war gut so Kann man auch besser... Kann man die Musik genießen Das ist ein brauner Yoshi, oder? Ja Gute Idee Das war dumme Idee Du baust Schlüssel? Nein Du musstest den komischen... Warte Musstest du diesen komischen Ball benutzen? Ja Was ist das denn? Das ist ein Schalett, ne? Könntest du nicht das Teil da mitnehmen und danach hochspringen? Dieses, ähm... Komische Teil da Dieses Hochspringteil Mussti, Mussti Du enttäuschst mich, du Du mich sehr enttäuschst Und warum, du? Sag mich ganz, nö, das stimmt auch Nö, 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 nö Leck mich Nicht Mir fehlt dazu nicht sein Und der Ball wird auch wieder rüberrutschen Nein Jetzt geht's los Jetzt geht's los Er ist schon Patrick Lass es Nein, jetzt will ich's machen Ich hab deine Idee Geh mal unter ihn Und dann schießt man nach oben Hä? Geht nicht Jetzt aber Glück gehabt Man sagt jetzt nicht, dass es geplant Und du wusstest Du wusstest, dass du Wenn du diese genaue Ecke schießt Da passiert was Hm? Sag mal Nein, wusstest du nicht Maybe Nix Maybe Nix So ein komischer Vogel Schlucken, schlucken, schlucken Machen Spaß Er ist Judo-Kämpfer Du kannst keinen Judo-Kämpfer besiegen Das ist unmöglich Und Weg Okay Ammoklauf Nein, schaffst du nicht Wieso, wieso denke ich Jedes Mal, dass es Egal Ja Oh Das ist noch eine Rückenwünsche Aber egal Stirb Malz Kaioken Oder Kaioken Musst du da oben? Weiß ich Guck mal Warte Er hat einen Bettlacken Über seinen Körper gemacht Und dann kann er fliegen Ja Das probiere ich doch gerne aus Ach ja, die Party ist nicht Am Donnerstag Wir müssen da arbeiten Hast du vergessen? Sein Bettlacken Beschützt ihn, okay Ich habe mich So heute daran erinnert Dass ich heute Dass ich am Donnerstag arbeiten muss Voll kacke ist das Weiter Hm? Freitag dann Wir dürfen doch nicht mehr an den Tagen Oder doch? Freitag Gehst du am Freitag dann? Nein, wir sollen am Freitag arbeiten Äh, nein, wir sollen am Freitag arbeiten Oh Machen wir mal Start Geht mal nicht Jetzt Bis ge- Äh, also Geht mal nicht mehr so Guck mal nicht mehr so Es geht mal nicht mehr so Bistau